Alter, guckt euch mal den Reus an! Hohoho! Und da haben mir noch Leute damals gesagt, ich soll ihn nicht machen. Digga, guckt euch mal die Werte an, Digga. Den hab ich mal 700 oder 800k gemacht. Digga, der hat Team of the Year Werte, Junge. Ich hab ja vor euch ein paar Tagen gesagt, ich hab mir 5-6 von diesen Kramaric geholt. Und ich wusste ja, also ich hab nicht gewusst, aber ich wusste, dass er paar Infos bekommen hat. Ja, hab ich mir für 5-6 geholt und eben, als es um 19 Uhr gesehen hat, dass er ein Upgrade bekommen hat, ich mir nochmal welche gekauft, für 4-5, nochmal 5-6 Stück. Und der ist jetzt, glaube ich, bei 8-7. Okay, der ist krass. Der wird nochmal wieder steigen. 84er sind gefragt, der wird wieder steigen, Digga. Ganz auf ihn. 3, 2, 1, let's go! Komm, gib mir eine gute Karte, Junge. Ich brauch den für die Elite-Spiele. Komm an hier, ey. Komm on. Gib mir was Gutes. Wer ist das? Wer ist das denn? Oh nein. Ach du Scheiß. Aber er ist in Ordnung, Alter. Okay. Deko. Deko ist der Spieler, der mit... Ja, ins Team kommt jetzt. So, erstes Spiel, Digga. Wichtig. Ach! Ach! Scheiße, der... Oh nein, gegen Petit. Nein, nicht gegen meinen... Petit. Digga, das ist meine Spieler, wie sich bewegen, ey. Ist so richtig komisch. Haha! Einfach flanken, Digga. Deko mit der ersten Vorlage. Einfach flanken. Das ist das neue FIFA 19, Jungs. Ach, komm. Nein. Ja, Mann! Crossing OP, Alter! Ist mir scheißegal, ob alle sagen, das ist Glück. So spielt man halt jetzt FIFA. Mauern und dann flanken. So ist es halt. Let's go, Jungs. 19,5. Krampf. Krampf bis und geht nicht mehr. Aber ich gebe es zu, die Tore waren nicht schön. Die waren absolut nicht schön. Aber wenn einer mit zehn Mann mauert, was soll ich machen? Was soll ich denn machen, Jungs? Ich muss flanken. Auch sehr, sehr stark. Aber auch hier muss ich wieder sagen, für diese Phase von Food Champions, also die letzten Spiele um Elite, ist das auch hier eigentlich ein schwaches Team. Aber hier kommt es natürlich auf Skill an, ne? Ach, nein, Mann! Oh, Mann! Der Typ ist so krass. Ich habe sofort gemacht, ne? Er muss den Ball, wie ich das jedes Video anspreche, er muss den Ball erstmal annehmen. Nein, nicht sofort machen. Nein, er muss den Ball nochmal annehmen, bevor er den Lupfer macht. Hätte er sofort gemacht, wäre er drin gewesen. Aber nein, nimm den Ball nochmal an, Bruder. Nimm nochmal an durch den Delay. Geil. So kannst du auch genau deinen Spielstil spielen. Dann macht er das Tor. Mann. Guck mal, was ist das hier? Warum rennt mein Spieler nochmal drei Meter weiter, obwohl ich schon die Richtung geändert habe? Look at this! What is this? Jungs. Jungs, jetzt mal ohne Scheiß. Guck mal, guck mal, guck mal, bitte jetzt! Guck mal! Jungs, das ist doch wohl 1 durch 69 und er korrigiert meinen Pass hierhin und kassiert das Tor dann. So dumm. Ja, was soll ich da machen, Digga? Ah, der Peter Chech ist stark eigentlich das Team. Alter, David Lu ist, die Abwehr ist geil. Baines weiß ich nicht, wie gut er ist. Heute, heute ist, ich weiß nicht, scheiß drauf. Heute läuft es irgendwie nicht. Also, wenn ihr sagt, dass das gutes Gameplay ist. Let's go, man! Ich muss das FIFA, erinnert mich, Freunde, FIFA Neustarten nach dem Spiel. Wohin? Wohin? Ach, Mann. Ja, ist mehr erschießen, Jungs. Ja, Mann, komm! Okay. Wichtig! Komm. Komm! Ja, Mann! Let's go! Oh mein Gott, Jungs! Let's go, Alter, was ein Kramspiel, Digga! Ach, du grüne Neune. Das sieht sehr, sehr stark aus. Und hat er für rote Karten, Alter. Hahaha, komm schon. Er ist einfach seine erste Chance. Mach den rein durch den Konter, natürlich. Komm, jetzt, bitte, Marcelo. Digga, was mach ich da? Was mach ich da, ich Idiot, Alter. Ich bin auch ein Vollidiot immer vorm Tor. Ich weiß, weil ich einfach auch nicht weiß, was ich machen. Digga, der kontert mich die ganze Zeit nur aus. Das kotzt mich so an, Alter. Komm, Alter, das, ey, kotzt gleich bekommen. Und dann so ein Tor, Alter. Ich bin kotzt auf, den Ding kaputt zu machen, Alter. Ey, guck mal, es reicht doch irgendwann, ey. Was wir mal machen können ist, seien wir mal ehrlich, Ronaldo wieder rein. Und scheiß auf diesen Deko, Alter. Da hat er gar nichts gebracht, wenn wir ehrlich sind. Kann ich auch wieder meinen Pro nach Kata rein tun. Daran lag es, ohne Scheiß, daran lag das. Digga, der Kata hat gefehlt, wusste er. Oh mein Gott, jetzt kommen Münzen rein. Boom, 76.000 Münzen. Holy shit. Alle für 3,5 bis 4,5 geholt, Digga. Ja, moin. Reus anstatt, ja, komm, Digga. Upgraded Reus. Kann er die selbe Story schreiben wie Ibra letzte Woche? Weil das Game ja auch in jedem Modus anders ist und auch meistens eher schlecht. Und Freunde, ihr braucht ja mir... Also es gibt, ja, es gibt Leute, die haben wahrscheinlich wirklich nicht viel Delay oder haben ein gutes Gameplay, aber ich garantiere euch, mehr als die Hälfte der Leute, die FIFA spielen, haben kein gutes Gameplay. Das ist Fakt. Geht doch mal auf Twitter. Geht doch mal auf Reddit. Geht doch mal einfach irgendwo hin. Guckt doch mal in meinen Kommentarbereich. Es gibt so viele Leute, die sagen, ey, Digga, das kann man nicht spielen, das Gameplay. Okay. Alva, Reus, Digga, what is going on? Reusy, boy. Ehrenmann, komm, Ehrenmann. Ne, leider nicht. Ehrenmann. Grüße gegen raus. Das war ein Deutscher. Mikro, Michelback, milde Jungs. Grüße gegen raus. Ich danke dir für den Ragequid. Okay, nächster Gegner. Vorletztes Match. Lurice im Tor. Das könnte unsere Chance sein. Ich finde, der ist... Ich weiß nicht, damals, als ich ihn gespielt hatte, hat er schon ein paar Patzer immer gemacht bei mir. Der Rest ist natürlich absolut krass. Nein. Digga, warum? Elfmeter vielleicht? Yes. Nakata! Er hat gefehlt. Das war der Fehler, Freunde. Wir hätten niemals ihn aus dem Team nehmen dürfen. Aus für Deko. Das wollte ich nicht haben. Ist aber in Ordnung. Oh mein Gott! Reus, Digga, was war das? Let's go. Komm mal, Mr. Lo. Ein Papier muss hinten. Ein Papier. Es tut mir leid. Aber ich muss wirklich anscheinend so spielen. Anders kann ich keine Tore schießen. Also, ich rechtfertige mich auch nicht. Aber es tut mir auch ein bisschen leid, so zu spielen. Und auch diese CPU-Verteidigung, dass man mauern muss. Aber wie soll ich denn sonst spielen, Digga? Ich will nicht so spielen. Aber EA lässt einen nicht... Keine andere Wahl. Aber so geht es auch. Let's go! Come on! Das müsste Game Over sein. Freunde, ein Spiel noch. Ein Spiel haben wir gleich noch. Live und streamen. Spielen wir gleich... Ja, das Finale um Elite. Das, meine Freunde, ist der Endgegner. Eusebio. Puta Genio. Komm. Nakata, kämpf! Nakata, kämpf! Oh, fuck! Komm, komm, komm jetzt! Schieß! Ich habe sofort geschossen eigentlich. Egal. Es ist drin. Ich meckere nicht. Ich habe eigentlich sofort geschossen. Ich habe nach rechts gespielt, Junge. Das macht doch gar keinen Sinn, da nochmal hinzuspielen. Das hackt mich einfach wirklich langsam ab, diese... Abseits, bitte. Nein. Okay. 1-1. Durch einen Fehlpass, den ich meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, nicht gespielt habe, weil der korrigiert wurde wieder. Digga, das Gameplay ist so shit gerade. Alter, das Gameplay ist so shit gerade, Alter. Komm, zieh! Nein, ich habe vor... Ach! Ach, ich bin ein Bastard, Alter. Come on. Das ist wegen... Manuels Technik ist wie scheiße. Es ist immer ein Foul, weil du nicht auf den Ball gehen kannst. Ah, mach dir wieder ein Tor, Alter. Aus Scheiße, Digga. Aus Scheiße mach dir wieder ein Tor, Alter. Let's go, come on! Come on, 13 Minuten noch. Alles noch drin. Komm, 13 Minuten. Einfach alles geben. Und wenn wir dann verlieren, dann ist es so. Abseits. Das war's. Alles gegeben. Ich habe alles gegeben, Digga, bei dem Gameplay. Ich habe alles bei dem Gameplay gegeben. Ibra! Hier, was machst du da? Geh doch zum Kopfball hoch! Was macht der denn da? Geh doch zum Kopfball hoch, wer in der Mitte stand? Ich denke mal, das beschreibt alles über das, ja, die letzte Patch. GG, Freunde. Ich habe alles gegeben und am Ende hat es halt leider nicht gereicht. Auch hier, Freunde, habe ich hier, ab, hier seht ihr das. Jetzt sind mal ein paar Sachen klarstellend, weil Leute sagen, ich rede Scheiße über Gameplay. Wenn der Fall kommt, heißt, ich habe schon auf Schießen gedrückt. Ich habe hier, guck mal, wie weit weg der Ball ist, auf Schießen gedrückt. Aber was macht Reus wieder? Er will den Ball immer noch wieder annehmen, statt, warum schießt er denn hier nicht? Guck mal, hier habe ich auch Schießen, hier, hier habe ich auch Schießen gedrückt. Warum köpst du oder schießt du nicht? Er will aber den Ball, und das, und es geht ja nicht nur in dieser Situation, es geht für jeden Pass, für jede Balleinnahme, muss ich, guck mal, ich habe hier schon auf Schießen gedrückt. Und es reicht nicht, wenn ich hier auf Schießen drücke, dass er sofort schießt oder köpft. Es reicht nicht. Und da wollt ihr mir jetzt sagen, schwarz oder bunt auf, was weiß ich was, habt ihr den Beweis, dass ich Delay habe. Ich gebe euch doch hier den, hier habe ich auf Schießen gedrückt. Er nimmt den Ball an und schießt dann erst. Auch hier habe ich mit Kante Time Finish geschossen. Auch hier habe ich mit Time Finish geschossen. Es wird einfach nicht registriert und dann kommt natürlich so ein Scheißschuss raus. Schieße ich den mit Time Finish, geht der vielleicht in den Winkel. Also, da könnt ihr mir jetzt sagen, was ihr wollt. Ich bin einer von vielen, der einfach drunter leiden muss, dass man Delay hat. Vinicius war das. Er gibt, guck mal, aber er gibt mir Zlatan und deswegen springt Vinicius nicht hoch. Guck mal, wäre der hier hochgegangen, hätte ihn vielleicht noch reingeköpfte Vinicius, aber er ist nicht hochgegangen. Und das, und das, es ist ja eine Szene jetzt, die ich euch zeige, oder zwei. Und ihr müsst euch das auch vorstellen, ich muss das 90 Minuten lang so auf diesen Gameplay spielen und das macht irgendwann keinen Spaß mehr, Digga. Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall für den Stream heute, dass ihr auf jeden Fall nochmal gepusht habt. Ich habe gut nochmal Splinch gekämpft und wir sehen uns dann wieder. Ciao.